Rapid Clips, was Rapid Clips ist, was man damit machen kann, was das Ziel ist und das werde ich jetzt in den nächsten 45 Minuten erklären. Wer Fragen hat, kann jederzeit gerne das Mikro einschalten und Fragen direkt stellen oder halt via Chat, wird immer wieder darauf gucken und versuchen die Fragen dann zu beantworten. Danach haben wir sicherlich auch noch ein bisschen Zeit für ein etwas Q&A. Mein Name ist Markus Kett, ich bin CEO bei Microstream und war ganz lange in der Rapid Clips Entwicklung. Wir haben seit ungefähr 15 Jahren machen wir Entwickler-Tools für Java Developer und haben da zwei Java-Entwicklungsumgebungen entwickelt in der ganzen Zeit. Die erste noch basierend auf Java Swing, dann das Ganze portiert auf Eclipse, jetzt unter dem Namen Rapid Clips verfügbar. Rapid Clips ist komplett frei verfügbar, Lizenz kostenfrei. Ihr könnt damit alles machen, was ihr wollt. Im Prinzip Anwendungen bauen für das eigene Unternehmen oder Softwareprodukte entwickeln und verkaufen. In keinem Fall werden Lizenz Gewinn dafür fällig und das ganze Framework ist Open Source. Hier nochmal ein kurzes Video, das ich gerne nochmal abspielen möchte, weil das hier zeigt, wie man ja früher auch Produkte entwickelt hat. In der Zeit noch vor der industriellen Revolution haben wir alles per Hand hergestellt und wäre es ja toll, wenn man sowas hat zu Hause. Heute ist es schon fast ein Luxus, weil man sagt, das ist handgemacht, richtig toll, das stellt man sich dann gerne ins Wohnzimmer und das ist auch noch richtig teuer. Wo wir schon beim Stichwort sind, richtig aufwendig und teuer. Aber man weiß ja natürlich spätestens dann seit der industriellen Revolution, dass es effizienter ist und günstig ist, wenn man Produkte industriell herstellt, industriell herstellt, am Fließband, das ist deutlich effizienter und günstiger. Vielleicht ist es mit der Softwareentwicklung ähnlich und darauf zielt auch der Vortrag ab und auch Rapid Clips an sich, weil Rapid Clips ist eine Entwicklungsumgebung, mit der man sehr effizient und sehr schnell und kostengünstig Softwareanwendungen entwickeln kann. Früher hieß das Ganze 4GL, Entwicklungsumgebungen der vierten Generation. Irgendwann kam dann auch mal 5GL, aber den Unterschied kenne ich schon nicht mehr, da war es schon nicht mehr so populär. Da hat man das Ganze dann irgendwo umbenannt in visuelle Entwicklungsumgebung. Mit Visual Basic kam dann eine sehr bekannte Entwicklungsumgebung auf den Markt. Auch heute gibt es noch VB-Anwendungen überall da draußen in der Welt. Irgendwann mal hat man dann den Begriff Rapid Application Development eingeführt und vermutlich haben sehr viele Entwickler sich unter Rapid vorgestellt, dass das Ganze schnell und schmutzig, also quick and dirty entwickelt wird und da kann ja nichts Gutes dabei rauskommen. Also lieber die Finger weg davon und heute sagt man jetzt Low-Code dazu. Mal gucken, was in zwei Jahren darunter stehen wird. Rapid Clips ist im Prinzip so eine visuelle Entwicklungsumgebung, Rapid Development und Low-Code Entwicklungsumgebung. Je nachdem. Im Prinzip kommt es immer darauf an, was man mit welchen Tools dann eben machen möchte. Man kann natürlich genauso coden mit Rapid Clips, alles per Hand schreiben, wenn man möchte, aber kann sich auch viel dann Code generieren lassen. Was ich aber betonen möchte, ist, dass die Entwicklung mit Rapid Clips darauf abzielt, nicht etwas herzustellen, wenn man sagt, ja gut, für so kleinere Geschichten kann man sich das schon mal gut vorstellen. Da kann man schon mal was bauen oder da könnte man sich schon mal schnell was zusammenklicken. Oder ja gut, fürs Prototyping, das ist vielleicht schon ganz nett. Nein, also Rapid Clips zielt darauf ab, professionelle Softwareentwicklung zu machen, professionelle Anwendungen zu entwickeln für den Einsatz in Unternehmen. Natürlich kann man sich da so hobbymäßig irgendwelche Anwendungen bauen, das schließt das ja nicht aus, aber es ist tatsächlich gebaut, um Anwendungsentwicklung zu machen, professionelle. Und es werden damit ganze CM-Systeme gebaut, Branchenlösungen, ja und bei großen Unternehmen wird das eingesetzt, aber auch bei sehr vielen mittelständischen Unternehmen ist es natürlich beliebt, weil man dort eben nicht die großen Entwicklungsabteilungen hat, aber natürlich trotzdem den Bedarf an Software und Digitalisierung ist da ein riesen Stichwort. Alle Unternehmen müssen und wollen digitalisieren. Was bedeutet das? Irgendwelche Prozesse, wo man heute noch per Akten macht oder so, oder Excel-Tabellen, da draußen eine professionelle Software zu machen, was den ganzen Workflow beschleunigt und vereinfacht. Das versteht man unter Digitalisierung und da gibt es hunderte Fälle in Unternehmen, wo man eine Software brauchen könnte, um etwas zu vereinfachen. Nur wer stellt die Software her, ist immer die Frage. Hier nochmal zum Beispiel auch ein Ausschnitt von einer App, die für Fraport entwickelt wurde. Der Sebastian hat das ja schon gezeigt in seiner Präsentation. Das ist eine native App. Also man kann dann auch Applikationen, die mit anderen Tools gebaut wurden oder mit anderen Systemen, mit RapidClips-Anwendungen kombinieren. Da ist man also völlig frei. RapidClips gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Also los ging das, die RapidClips-Entwicklung schon 2012 oder so, als die Portierung begann auf Eclipse. Und die erste Version kam dann 2014 auf den Markt. Und wir haben da schnell festgestellt, der GUI-Builder, den man vorher auch schon gekannt hat, die Basis-Swing noch, hat gut funktioniert, haben wir portiert auf Web. Das hat alles noch sehr toll funktioniert. Was mit Eclipse dazu kam, waren dann die JBoss-Hybernet-Tools. Und die Hybernet-Entwicklung war doch dann etwas schwierig für sehr viele Anwender, die gewohnt waren, einfach SQLs abzusetzen. Und das war nicht so toll. Dann haben wir sehr viel an den Hybernet-Tools entwickelt. Wir haben die sehr stark verbessert. Das Ganze hat uns über ein Jahr Arbeit gekostet. Und haben dann eine Version 2 ausgeliefert, wo ich sage, das ist so die erste Version gewesen, wo man komplett durchentwickeln kann. Nicht nur Oberflächen, sondern auch dann die Datenbank-Entwicklung sehr, sehr einfach hinbekommen hat. Es hat dann mit Version, ab Version 4, etwas eine Durststrecke gegeben. Wir haben im Hintergrund ganz viel gemacht. Wir haben nämlich einen kompletten GUI-Bilder neu entwickeln müssen. Das haben wir dann im Prinzip zum dritten Mal machen müssen. Vorher gab es einen Swing-GUI-Bilder, den dann portiert auf eben entsprechend HTML, also mit Vardin, damit man HTML-Oberflächen, also Oberflächen für den Browser bauen kann. Und dann hat sich die Basistechnologie geändert auf Web-Components. Und dann haben wir uns entschlossen, nochmal einen GUI-Bilder neu zu machen. Und jetzt mit Rapid Clips 10 ist das Ganze wieder sehr ausgereift und sehr stabil und sollte für die hoffentlich viele Jahre, ich hoffe ja zehn Jahre, dass da nichts mehr passiert, dass wir da irgendwas migrieren müssen. Weil immer dann, wenn eine neue Web-Technologie kommt, muss man ein bisschen migrieren und das ist nicht toll. Unsere Anwender, also die wollen natürlich nicht Projekte migrieren. Also ihr wollt sicherlich eure Projekte so gut wie nie migrieren. Das soll so stabil und so lang wie möglich laufen. Aber wir auch nicht. Also wir haben auch keine Lust, alle drei Jahre einen neuen GUI-Bilder zu schreiben. Ich persönlich bin ja jetzt in der Micro-Stream-Entwicklung. Wir kontributen jetzt noch zur Micro-Stream-Schnittstelle dazu. Aber ja, also ich weiß, wie aufwendig so eine Migration ist. Was ist Rapid Clips? Der Name sagt das schon. Es ist eine Eclipse-Distribution. Was ist eine Distribution? Man kennt den Begriff von Linux her. Es gibt ein Linux und verschiedene Versionen davon. Und das ist hier genauso. Die Basis bei Rapid Clips ist also eine Eclipse-Entwicklung oder ist die Eclipse-Java-Entwicklungsumgebung. Viele Leute haben bei Eclipse immer noch so den, man hat das in Erinnerung. Und es gibt also Vorurteile praktisch, dass ja Eclipse sehr kompliziert ist. Und wenn man mit Eclipse entwickelt, dann muss man erst einmal das Ganze konfigurieren. Und das dauert oft ziemlich lange. Plugins installieren. Dann muss man auf die Versionen gucken, sind die aufeinander abgestimmt. Oft knallt es dann zwischen den Plugins und keiner weiß warum. Und bis man dann mal nach dem, also früher war es immer so, dass Praktikanten oft gesagt haben, so jetzt habe ich meinen Eclipse eingerichtet. Das hat zwei Tage gedauert. Das ist hier nicht der Fall. Einfach runterladen, das ist eine Exit-Datei installiert, also unter Windows. Natürlich auch verfügbar für macOS und für Linux. Und die Installation dauert gerade mal eine Minute oder so. Und dann ist alles mit installiert, was man braucht. Alle Plugins sind da und alle Libraries, die werden dann erst runtergeladen, wenn ich ein neues Projekt anlege. Und im Moment lädt Rapid Clips alle Libraries runter, die man für die Anwendungsentwicklung damit braucht. Und deswegen dauert auch das beim allerersten Mal etwas lang, weil da entsprechend die Verbindung hergestellt wird zum Internet und zum Maven-Server, zum Maven-Central. Und es werden dann die entsprechenden Libraries einmalig runtergeladen, sobald man die dann hat, kann Eclipse bei neuen Projekten darauf auch dann zugreifen. Und das ist dann, dieses Runterladen nicht mehr erforderlich. Also, Internetverbindung wäre ganz gut. Ich habe es schon erwähnt, Lizenzkosten frei. Also, da gibt es keinen Haken oder irgendetwas. Man darf damit alles entwickeln. Es werden damit auch Produkte, Softwareprodukte entwickelt, die dann entsprechend verkauft werden. Und da sind also auch keine Lizenzgebühren erforderlich. Wir verwenden hier in Rapid Clips Standardkomponenten. Natürlich, Java ist die Programmiersprache. Ihr könnt mit Eclipse alles Mögliche natürlich entwickeln, wenn ihr wollt. Auch andere JVM-Sprachen verwenden. Die Rapid Clips Tools sind für Java ausgerichtet und gebaut. Für die UI-Entwicklung, für die Entwicklung von HTML-Oberflächen verwenden wir das serverseitige Framework Vardin. Und der Grund dafür ist, dass wir es wollten, dass unsere Anwender eine Softwareanwendung möglichst mit einer einzigen Programmiersprache entwickeln können. Das war früher ja immer so der Fall. Wer mit Visual Basic entwickelt hat, hat alles mit Visual Basic machen können. Wer in Java entwickelt hat, hat alles mit Java machen können, weil es gab ja noch Oberflächen, die mit Java gebaut wurden. Sobald dann die Web-Anwendungen kamen, wurde es plötzlich erforderlich, dass man die Oberflächen nicht mehr in Java, sondern eben HTML und CSS und JavaScript schreibt. Und damit hatte man dann plötzlich das Problem, jetzt musste man zwei Programmiersprachen lernen, sozusagen. Und das ist natürlich aufwendig, weil man als Entwickler sich ja gerne auf eine Sprache fokussiert. Und ja, das ist ja wie mit der Muttersprache auch. Also es gibt dann vielleicht noch jemand, der so eine Fremdsprache spricht, dann wird es schon eng. Manche sprechen ganz viele Sprachen, tun sich da leicht, aber man bleibt dann oft gern in einer Sprache. Beim Programmieren ist das doch ähnlich. Und ja, deswegen, Vardin ist ein Java-Framework, das HTML-Oberflächen automatisiert und dynamisch zur Laufzeit erzeugt, an den Browser ausliefert. Und ich muss mich im Grunde nicht damit auseinandersetzen, wie das dann im Browser aussieht. Früher, also vor Jahren, war das ja noch schlimmer. Da konnte man sich ja nicht mal sicher sein, ob dann ein Frontend oder eine Webseite in einem Browser der nächsten Version oder in der gleichen Version dann andersrum, in einem Browser funktioniert, wo dann die nächste Version rauskommt oder zwei Versionen später, konnte es sein, es ändert sich irgendetwas und meine Oberfläche wird nicht mehr richtig angezeigt. Und das ist natürlich mit sehr, sehr viel Test und Anpassungsaufwand verbunden. Und den will man ja eigentlich nicht, weil hier in RapidClips geht es ja darum und richtet sich auch deswegen an Anwender, die möglichst wenig mit Low-Level-Programmierung auseinander sich setzen wollen, sondern Anwendungen bauen, Features entwickeln, die man braucht für Unternehmensprozesse und nicht so sehr darauf Wert legen, wie toll jetzt das Ganze dann auf irgendeine Systemkomponente zugreift und wie toll der Code aussieht, der da geschrieben wurde, wenn die Daten von A nach B verschoben werden. Das muss natürlich alles passen, damit bitte nicht falsch verstehen. Code-Qualität ist immer wichtig und Wartbarkeit, aber es geht hier wirklich um die Anwendungs- und Feature-Entwicklung. Und ja, mit der neuen Version Microstream gibt es jetzt auch eben eine Integration in RapidClips für die Datenbankentwicklung mit Microstream. Es gibt zwei Säulen eigentlich in diesem Tooling. Das ist der GUI-Builder. Da dreht sich alles da drum und das ist auch der Hauptgrund, warum ich RapidClips verwende. Umso GUI-lastiger ein Projekt ist, desto mehr lohnt sich das, RapidClips einzusetzen und desto größeren Mehrwert kriege ich da draus. Wenn ich eine Anwendung entwickeln möchte, wo ich keine GUIs habe, okay, da gibt es ein paar Tools, die sind auch interessant, die Hibernate-Tools insbesondere. Aber umso mehr, umso UI-lastiger ein Projekt ist, desto größer ist mit Sicherheit der Benefit, den ich bekomme von RapidClips. Und dann haben wir die, wie schon erwähnt, die JPA-Hibernet-Tools, spezielle Tools noch für die Entwicklung mit Hibernate und relationalen Datenbanken. Weil das ist in Java nicht trivial und auch das Tooling, das standardmäßig dafür verfügbar ist, ist nicht trivial. Nach fünf Jahren Entwicklung kann man das dann schon. Aber ja, auch da ist es wieder so, schneller Einstieg ist wichtig, geringe Einstiegshürde und schnell und effizient Anwendungen zu bauen. Und ja, dann haben wir noch die kleinseitige UI, also das, was praktisch dann im Browser angezeigt wird, wie gesagt, kommt von Vardin und ein Bestandteil des MicroStream. Und hier nochmal die ganzen Standardtechnologien, die hier zum Einsatz kommen, unter der Haube. Wenn man tiefer in das Framework einsteigt, dann trifft man schon auf diese Frameworks und Tools teilweise. Aber viel ist erst mal so, dann erst mal nicht zu sehen, wenn man so mit RapidClips arbeitet. Aber wichtig zu wissen, es basiert hier alles auf Standards und das ist der große Unterschied zu früheren 4GL-Lösungen, die von einem Hersteller entwickelt wurden, der meistens dann auch natürlich proprietär war und was der dann Hersteller an entsprechenden Tools in der Umgebung zur Verfügung gestellt hat, hat man benutzen können. Das waren coole Sachen. Wenn man aber dann was benutzen wollte, was vielleicht irgendwo wo außen verfügbar gewesen wäre, aber der Hersteller hat es nicht integriert in die Lösung, dann konnte man es auch nicht umsetzen. Und deshalb hieß es da immer, man ist mit diesen 4GL-Lösungen, da war man entsprechend beschränkt in der Funktionalität. Was eben das Tool nicht hergibt, ist auch nicht möglich. Ist hier anders. Mit RapidClips habe ich im Unterbau an Eclipse und wenn irgendwelche Tools nicht ausreichen oder wenn ich die nicht mag, weil mir die irgendwelche Dinge nicht effizient genug machen oder eben nicht weit genug gehen, nicht flexibel genug sind, dann lasst es einfach weg. Dann kann man das mit der Hand schreiben. Und ja, damit hat man immer die volle Kontrolle über das, was man einsetzen möchte. Die einzige Beschränkung ist wirklich Java. Also wenn euch Java dann vom Funktionsumfang irgendwann mal nicht mehr ausreicht, dann wird es natürlich schwierig. Wie gesagt, Eclipse unterstützt auch andere Sprachen. Und mit GraalVM, das ist ja das Coole, haben wir ja auch auf dieser Konferenz schon Vorträge gesehen, ist es ja jetzt möglich, Polyglot zu entwickeln. Das heißt, dass man entsprechend sich die Sprache aussuchen kann und über GraalVM das Ganze zusammenführen kann zu einem Kompilat und einem nativen Image. Das ist sehr cool. Und natürlich denken wir auch in der RapidClips-Entwicklung über den Einsatz von GraalVM auch nach. Aber dazu ein bisschen später mehr. Das Ziel ist Cross-Platform-Development. Das bedeutet, dass man ja heutzutage eine Anwendung ja nicht bloß auf dem PC hat, dann hat man das natürlich die Oberfläche im Web und aber noch auf mobilen Geräten. Und Cross-Platform-Development hat natürlich den Vorteil, ich muss eine Anwendung nur ein einziges Mal schreiben, die läuft überall. Und damit spare ich mir enorme Entwicklungskosten, Testkosten, Wartungskosten, Zeit und Cross-Platform-Development, das erinnert ja uns sowieso an den Ursprung von Java, weil da war es ja genauso. Mit Java habe ich die Möglichkeit, eine einzige Anwendung, eine Anwendung einmal zu programmieren und läuft unter Windows, Linux, Mac, Solaris damals und so weiter. Und man musste nicht lauter vier, fünf verschiedene native Anwendungen schreiben, Leasen-Aufwand. Hier ist es das Gleiche im Prinzip. Und damit kommt man schon sehr, sehr weit. Manchmal ist es erforderlich, dass man native Funktionen nutzen möchte bei einer App beispielsweise. Dann kommt man dann vielleicht nicht drumherum um eine native App. Aber wie schon angesprochen, ist es dann möglich, dass man diese nativen Applikationen trotzdem mit einer in Rapid Clips geschriebenen Server-Anwendungen verbinden kann. Die können da miteinander kommunizieren, als wäre es ein Modul von Rapid Clips. Das ist problemlos möglich. Also ihr könnt da auch alle möglichen Technologien miteinander kombinieren. Der UI-Standard ist jetzt Web Components. Auch darüber haben wir auf der JCon doch schon einiges gehört. Web Components. Das ist tatsächlich revolutionär für Web-Oberflächen, weil bislang war das auch so, das haben wir selber in der Rapid Clips-Entwicklung natürlich, das hat uns hart getroffen, dass man vor allem bei der Web-Entwicklung mit JavaScript immer das Problem hatte, wie lange hält denn das, was ich da baue? Also früher war das ja mal anders. Also früher hat man die Oberflächen in Java Swing programmiert, dann waren die fertig und das war es. Und die diese Programme kann ich heute noch aufmachen, die funktionieren. Ist doch cool. Und da gab es auch noch die Applets, also Java-Anwendungen direkt im Browser mit dem Java-Plugin, Rich Clients und da war es auch noch so, das war noch toll, wir haben auch da auch lange an dieser also an dieser Technologie auch festgehalten, weil nämlich weil mal, man kann dann entsprechende Anwendungen in Swing schreiben und die laufen halt dann einfach, egal welche Browser-Version da ist und welche, wie es da weitergeht mit dem Browser und was die da tun wieder, die Anwendung funktioniert einfach. Wir haben ganz lange auch unseren Kunden empfohlen, Applets einzusetzen, weil die einfach stabil laufen und das wollte ich schon sagen, sicher. Also die laufen einfach ohne, also Browser unabhängig und ja, Sicherheit war dann ein entsprechendes Aspekt, dass eben einfach diese Browser-Plugins unsicher sind, eine potenzielle Sicherheitslücke und dann hat, haben die Browser-Hersteller das Plugin entsprechend entfernt und irgendwann hat dann auch Oracle entschieden, es macht keinen Sinn mehr, die weiter zu supporten, wenn die Browser-Hersteller das Java-Plugin entfernen und das Ganze immer Sicherheitslücken hat. Ja, damit ist es Geschichte. Die Rich-Clients, die Rich-Technologien, Client-Technologien haben sich nie so richtig, haben sich nicht durchgesetzt, Flash gibt es nicht mehr, JavaFX im Browser, also gibt es alles noch, es gibt auch da coole Lösungen dazu, aber es ist halt, HTML-Oberflächen sind halt jetzt der Standard und so, jetzt gab es diese ganzen Libraries, diese ganzen Frameworks und eigentlich alle zwei Jahre kam da irgendwas Neues und selbst wir auch beim Rapid Clips-Team haben lange überlegt, was nimmt man denn jetzt da für die UI-Technologie, weil wir wollen ja auch nicht permanent in irgendwas rein investieren, was man dann wieder umreißen muss und wir haben dann uns eben für Vardin entschieden und es gibt entsprechend viele Frameworks, die auf den Markt gekommen sind, auch damals zur Zeit von Vardin schon, die gibt es alle nicht mehr, die kennt man schon gar nicht mehr und das ist halt sehr, sehr schädlich und jedes dieser Frameworks hat immer die eigenen Components mitgebracht, eine eigene Sammlung an Oberflächen-Komponenten und ja, wenn die, ich weiß nicht, wie viele, ich hatte mal einen Vortrag über UI-Libraries, die es gerade auf dem Markt gibt, da waren das gerade irgendwie gerade 130 oder so, die jetzt offiziell bekannt waren und wir haben keine 130 evaluiert, aber die bekanntesten davon und immer wenn dann ein Framework cool war, dann haben da irgendwelche Oberflächen-Komponenten gefehlt, da gab es dann plötzlich keine vernünftige Tree-Komponente oder sowas, ja doof oder es gab alles, damals auch von den Google-Komponenten schon, aber dann sahen die halt nicht so toll aus, ja vom Styling her, es war immer eben ein Problem, immer war man irgendwie eingeschränkt. Jetzt mit Web-Komponents ist das eben anders, jetzt werden diese Web-Komponents sind jetzt Standard und werden von allen Browsern jetzt unterstützt und sage ich jetzt mal so pauschal und das, wir haben jetzt auch noch Libraries, die diese Web-Komponents zur Verfügung stellen, aber jetzt ist das möglich, dass man sich, die einfach irgendwo hernimmt und man kann die miteinander kombinieren ja und und das ist das Coole da dran, weil ich kann mir zum Beispiel von den SAP, ist jetzt ein paar Mal genannt worden, SAP-Komponenten-Library, kann ich mir welche nehmen und kann die mit den Vardin-Web-Komponents kombinieren und den Rapid Clips dann einsetzen, wenn ich möchte. Das ist sehr, sehr cool und aber das Wichtigste ist die Investitionssicherheit, die man dadurch hat. Die sind auch deutlich performanter. Wer früher mal so mit Rapid Clips vier Oberflächen gebaut hat und der hat dann auch festgestellt, das basierte noch auf Vardin 7 mit den eigenen UI-Komponenten von Vardin, die Vardin entwickelt hat. Dann waren die oftmals, wenn man viele miteinander kombiniert hatte, dann war die UI oft mal schon sehr, sehr träge und mit Web-Komponents ist es ganz anders. Die sind jetzt deutlich performanter. Also das ist ziemlich super. Ziemlich. Es ist super. Vardin für die UI-Entwicklung habe ich schon erwähnt. Warum? Weil man normalerweise als Java-Entwickler keine Lust hat, sich jetzt auch noch mit JavaScript auseinanderzusetzen, mit dem Styling. Okay, das muss man, das will man vielleicht einmalig machen. Aber ansonsten mit der Web-Klient-Programmierung, die ja komplett anders funktioniert als die Java-Entwicklung, möchte man eigentlich so nichts zu tun haben. Also das erzeugt uns Vardin dynamisch und kümmert sich auch um die ganze Client-Server-Kommunikation also wie kommen die Daten eigentlich zum Client hin, wie kommen dann Aktionen, die auf dem Client, also auf der Oberfläche passieren, wie kommen die zurück an meinen Server-Teil, dass der Server weiß, wie geht es jetzt da weiter. Hat der vielleicht die Anwendung im Browser schon geschlossen? Das weiß ja der Server nicht. Also wie löse ich das? Oder drückt der Anwender auf Browser zurück? Also darum, da gibt es sehr, sehr viele Probleme. Hier kann man mal nachlesen, was es da alles gibt. will man sich eigentlich nicht darum kümmern. Das ist das, was ich meinte mit Low-Level-Programmierung. Mein Kunde oder mein Chef wird vielleicht nicht total begeistert sein, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt hier in dieser, ich habe jetzt gelöst, wie man das machen kann, wenn der auf Browser zurückklickt, dass er nicht die ganze Anwendung verliert. Na toll, hey, du hättest eigentlich das letzte Feature implementieren sollen. Das hätte uns Geld gebracht, aber nicht sowas. Okay. Ich glaube, das ist klar. Hier mal kurz jetzt einige Controls, die es jetzt neu gibt mit Vardin, diese Web-Components und die gibt es, die sehen auch dann schon optisch sehr, sehr gut aus. Das hat Vardin ja schon immer gut gemacht und da haben wir uns auch damals richtig entschieden und weil Vardin tatsächlich das einzige Framework ist, das hier noch mit auf dem Markt ist und bekannt ist, bis auf die Standards natürlich, alle anderen gibt es da schon nicht mehr. Jetzt ist natürlich Angular sehr, sehr bekannt, React und so weiter. So und dann hier noch ein paar so Visualisierungskomponenten. Wie gesagt, Vardin hat das jetzt so umgestellt, dass man das jetzt wieder mit CSS stylen kann. Mit Vardin 7 war das mit SCSS möglich. Es gibt da schon Standard Styles, um hier diese UI-Komponenten entsprechend anders, grafisch anders darzustellen. Dann haben wir auch in Rapid Clips jetzt die Google Charts integriert und die wichtigsten Chart-Komponenten sind da jetzt schon mit dabei. Da gibt es noch einige, da gibt es ganz viele, die man noch integrieren kann und so wird das auch entsprechend weitergehen, aber alles natürlich, es wird hier entwickelt immer noch auch Community Bedarf, also was ihr braucht, was ihr gerne haben wollt, schreibt da entsprechende Requests in das Rapid Clips Forum oder direkt an das Rapid Clips Team. So wird da entwickelt, wer also wirklich Community getrieben, welche Features erwünscht sind, die von der Community, die am wichtigsten sind, die werden auch umgesetzt und so ist jetzt hier der Workflow nochmal für alle, die das Rapid Clips so noch nicht kennen oder Wadi noch nicht kennen, also wie gesagt, ich baue die Anwendung auf meinem PC, auf meinen Entwickler-PC oder Mac, dann wird die fertige Anwendung deployed, läuft dann auf einem Server in der Cloud meistens heutzutage und die Anwendung wird gestartet über den Browser und dann wird der Server gestartet, der Anwendungs-Server, der Java-Server und der erzeugt dann den ganzen HTML-Code, CSS-Code und so weiter, JavaScript und schickt ihn an den Browser und der Browser rendert das dann und ja, was dann auch passiert, Events und so weiter, wird dann wieder zurück gemeldet an den Server und der verarbeitet dann diese Events wieder und das passiert dann eben alles in Java und das ist auch immer dann der Punkt, wo wir bei Rapid Clips, wo dann plötzlich Ende ist mit Rapid Development, oftmals, also es kommt darauf an, weil wenn nämlich ein entsprechendes Klick-Event dann passiert, ja, was passiert dann in dem Moment, steige ich dann in den Code ein und fange dann an, individuellen Code zu schreiben bei Rapid Clips und dann kann ich dann alles machen natürlich, was in Java geht und das wissen wir auch als IDE-Tool-Bauer ja nicht, was man dann jetzt tun möchte und dann schreibt man einfach individuellen Geschäftslogik Code in Java. Warum jetzt dann Rapid Clips, wenn Wadin schon so gut ist und so viel bietet? Mit Wadin sind wir, ich sage das jetzt mal provokativ, bei der Software-Entwicklungsmanufaktur, vielleicht gibt es sogar Software-Dienstleister, die so heißen, ich weiß es nicht, ich schreibe alles per Hand, den UI-Code händisch und natürlich, wer das mit Zwing schon gemacht hat, würde sagen, ja logisch, wie sonst, ganz klar, weil generiert der Code, den kannst du eh nicht verwenden und möglicherweise war das auch früher so, dass UI-Bilder entsprechend ein Code erzeugt haben, der vielleicht nicht so toll war, nicht so strukturiert und so und ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall, das ist Geschichte und es gibt keinen Code, der sich so gut eignet, um generiert zu werden wie UI-Code und wenn man jetzt, man kann das natürlich machen, könnt euch Wadin runterladen und könnt also die ganzen Oberflächen mit Wadin auch programmieren, das ist kein Problem, wer gerne programmiert, kann das machen und aber es ist aufwendig und vor allem die UIs, das sind die Komponenten oder das ist der Bereich, die Komponente einer Software, der am meisten der agilen Entwicklungspraxis unterliegt, möchte ich jetzt mal behaupten, weil ich kenne das aus unzähligen Projekten, wo ein Kunde nicht genau weiß, wie die Oberflächen ausschauen sollen und wo man als Entwickler gerne Spezifikation haben möchte, also wenn wir selber programmieren, möchten wir natürlich ganz agil sein, das ist völlig klar, wenn wir aber für jemanden programmieren, dann möchten wir am besten ein Wasserfallmodell, das muss alles schon spezifiziert sein, weil dann entwickle ich das einfach mal so runter, wie er das will und dann kriegt er das genau so und fertig, so und aber der Kunde sagt meistens, ja, wie schaut denn da so eine Anwendung aus, ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, ja gut, wie sieht denn eure aktuelle Anwendung aus, naja, die kann man nicht hernehmen, weil die ist ja uralt und wir wollen die ja neu, okay, dann lass uns mal so einen Entwurf machen und dann gibst du das raus und dann kommen die ersten Anwender und sagen, so soll es aber nicht sein, also das finde ich jetzt nicht cool, das war, alte war schöner oder dann haben zehn Leute irgendwelche Ideen und dann geht es zurück an die Entwickler und die sagen, ja mein Gott, ich habe das jetzt über Stunden gecodet, denkst du, also hey, das war aufwendig und ich habe mir auch Gedanken gemacht, ist ja wohl klar und jetzt will der wieder alles ändern, naja, also wir brauchen das jetzt schon anders, na super, okay und das passiert dann in fünf, sechs Iterationen und okay, kann man alles coden, aber es ist halt einfacher, wenn man das per Drag and Drop bauen kann und der Code, der rauskommt, ist in der Qualität so, als hätte man den per Hand geschrieben, weil dann kann man sich nämlich konzentrieren auf die Geschäftslogik, auf das, was wirklich im Hintergrund passiert und das ist eben deutlich effektiver. Also UIs zusammenklicken hat nichts mit Quick and Dirty zu tun, überhaupt gar nicht, sondern das hat einfach nur was mit Geschwindigkeit zu tun und wir kommen in unseren Projekten, die wir mit Integrationspartnern machen, zum Beispiel mit Kaweco für die Allianz auf bis zu 90 Prozent Einsparung an Entwicklungszeit, wenn man das halt die Iterationen mit einbezieht, bei visuellen Projekten, bei GUI-lastigen Projekten. 90 Prozent definitiv und automatisch kürzere Entwicklungszeit bedeutet auch natürlich entsprechend geringere Kosten. Wie gesagt, bei möglichst GUI-lastigen und wir haben viele Projekte gesehen, wo unsere Kunden gesagt haben, das sind 500 Masken, die wir haben. Schaffen sie das? In welcher Zeit? Ja, also unsere Implementierungspartner, die schaffen das in schon sehr, sehr kurzer Zeit. Da wird man sich wundern. Das ist überhaupt nur noch möglich, mit solchen Anwendungen, mit solchen Tools, so große Anwendungen zu portieren und es ist damit tatsächlich möglich, ganze ERP-Module zu migrieren. Das haben wir gemacht und das kann man wirklich schaffen in bezahlbaren, also dass es bezahlbar bleibt und dass es beherrschbar bleibt. Wenn man das alles behandkoden muss, dann wird das nicht passieren, ganz einfach, weil das wird nicht entschieden, meistens diese Projekte zu migrieren. Deswegen gibt es da draußen noch so viele, ich weiß nicht wie viele, Oracle-Forms, Anwendungen, wo die Anwender dann auch schreien, wir hätten die schon gerne in Java, aber wir trauen uns nur nicht, die zu migrieren und das ist auch viel zu teuer, weil wenn ich da zum Software-Dienstleister gehe, der das mit Java-Entwicklern macht und der dann noch ein JavaScript-Team hat, die das alles per Hand programmieren, völlig unrealistisch, viel zu teuer, das macht keiner. Mal drüber nachdenken, wie das ist mit visueller Entwicklung. Okay, übrigens, natürlich ist das Werbung für visuelle Entwicklung. Rapid Clips ist kostenlos und wenn man das nicht so rausstellt, was wirklich die Ersparnis ist, dann erfahrt ihr auch nicht, welche Vorteile es hat und es ist tatsächlich so und da muss man auch das so ansprechen, auch wenn manche dann immer sagen, das klingt so werbemäßig. Es ist halt so, wenn man die Anforderungen sieht und dann die Ergebnisse, ich bin da einfach begeistert davon und dann muss ich das einfach so herausstellen. Ja, okay, bidirektionale Entwicklung ist möglich mit Rapid Clips. Was bedeutet das? Wenn ich im Code etwas ändere, dann wird das sofort auf der UI auch umgesetzt und wenn ich an der UI was mache, wird immer sofort, also im GUI-Bilder, wird sofort der Quellcode erzeugt. Aber das ist dann nicht Java-Code Bidirektionalität, sondern da gibt es ein Zwischenformat, ein XML-Zwischenformat. Ich weiß, dass im Microsoft-Umfeld XML sehr, sehr populär ist, um Oberflächen deklarativ zu beschreiben und zu ändern, weil dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, nee, also mit der Maus rumklickern, das will ich nicht, das ist mir zu wenig Coder-mäßig, verstehe ich dann auch noch, dann machen die das lieber im deklarativen XML-Code, könnt ihr also auch machen, nur im Java-Umfeld haben wir da nicht sehr viel Begeisterung erzeugen können, aber wir haben es eh gebraucht als Zwischenformat, deswegen es geht und aus diesem XML-Code heraus wird dann der Java-Code generiert, ihr könnt also nicht eure Änderungen im generierten Java-Code machen, weil darauf haben wir bewusst verzichtet, weil das Pausen von Java-Qualcode entsprechend langsam ist und man das bei früheren GUI-Bildern oft gesehen hat, dass die dann sehr, sehr träge werden und damit auch mal nicht wirklich effizient entwickeln kann. Es gibt Layout-Manager-Tools dann dazu zu Rapid Clips. Formulare könnt ihr schnell bauen, Master-Detail-Ansichten, es gibt einen Grid-Designer. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil diese Assistenten, die sind auch in der Dokumentation aufgeführt. Es gibt zu allen möglichen Dingen, die man auf der GUI haben möchte, gibt es Assistenten, man kann die auch auf mobilen Geräten sofort anzeigen bei der Entwicklung und dann natürlich die Tools für die Datenbankentwicklung. Das ist sehr, sehr wichtig und ich spreche hier auf der Konferenz und jetzt natürlich auch auf anderen Konferenzen sehr oft über Rapid Clips und Microstream und da sprechen wir oft über die Ineffizienzen von Hibernate. Möchte ich jetzt mal was auch nochmal loswerden, das klingt oft so, als würde ich so negativ sprechen über Hibernate. Nee, ich habe sechs Jahre an den Hibernate Tools mit Florian entwickelt und mit dem Team, also Florian, unser CTO von Microstream und wir haben jahrelang, auch der Christian, der hier viele Vorträge gehalten hat, jahrelang versucht, diese Tools zu optimieren und das am Limit zu entwickeln, dass es für Java-Entwickler möglichst einfach wird und effizient wird, schnell Anwendungen zu entwickeln mit dem Java-Standard. Das war immer unser Ziel und das war das größte Ziel, was wir hatten, viele Leute auf Java zu bringen, damit. Also ich bin absoluter Fan von Hibernate und von JPA. Aber es ist auch so, dass es entsprechende Ineffizienzen gibt und an denen haben wir dann später gearbeitet. Aber warum ist Hibernate cool? Weil man entsprechend nur mit Hibernate das vernünftig hinbekommt oder mit dem JPA-Standard. Es gibt natürlich Alternativen zu Hibernate. Wir haben uns entschieden, aber Hibernate zu nehmen, weil es ist das de facto Standard. Ich kann Objekte, die wir in Java verwenden, in der relationalen Datenbank speichern. Das macht Hibernate. Und in 4GL-Entwicklungsumgebungen hatte man das Problem nicht, weil man da nicht objektorientiert war. Deswegen kannten die Leute diese Probleme ja nicht. In Java ist das aber so und dann braucht man so ein Framework, das mir das macht. Das ist ein Riesenvorteil aber auch, wenn man nämlich Hibernate verwendet, dann wiederum programmiert man gegen das Framework, nicht mehr gegen die Datenbank mit SQLs, die vielleicht spezifisch sind und dann mit einer anderen Datenbank nicht mehr funktionieren, auch wenn es den SQL-Standard gibt, aber der funktioniert nur bis zur bestimmten Strecke und dann wird das inkompatibel, weil da auch jeder Datenbankhersteller eigene Funktionen implementiert. Mit Hibernate kriege ich das Ganze dann Datenbankunabhängig sogar, sofern ich auf spezifische SQLs verzichte und dann ist das cool, weil dann kann ich nämlich die Datenbank entweder sehr leicht tauschen, das ist aber meistens gar nicht das Ziel von Anwendern, die Datenbank zu tauschen. Warum? Warum auch, wenn es funktioniert, sondern eigentlich oft eher von Lösungsentwicklern, die sagen, ja okay, ich habe das Ganze jetzt basierend auf Oracle entwickelt, und es gibt jetzt Anwender, ich habe jetzt Preisdruck und so, ich kann vielleicht nicht mehr die hohen Margen, es wäre jetzt cool, dass man vielleicht eine Open-Source-Datenbank mitliefern kann, dann verliere ich weniger Marge für den Datenbankhersteller und habe vielleicht ein bisschen mehr davon oder der Kunde sagt dann, nö, so ein Oracle ist mir zu teuer oder ein SQL-Server oder IBM-Datenbank, nehmen wir doch die PostgreSQL und dann sparen wir jetzt ein bisschen Geld. Okay, also dann habe ich die Möglichkeit doch recht schnell eine andere Datenbank mit anzubinden und die als Alternative anzubinden. Und wir haben da entsprechend Tools zur Verfügung gestellt jetzt für die, ja, die haben wir nicht zur Verfügung gestellt, sondern das bietet ja, das bieten ja die JBoss Hibernate Tools schon an, dass man in Eclipse Tabellen importieren kann, Daten und dann Klassen erzeugen kann, wir haben die stark verbessert und haben da entsprechende Hürden rausgemacht und wir haben Tools dazu entwickelt, so kann man das sagen und auch eine QD Language mit dazu entwickelt mit JPA SQL und im Framework kommt dann das ganze Hibernate Transaktionsmanagement noch mit dazu, das steckt auch alles mit drin, so sieht dann eine Architektur aus. Mit Rapid Clips grundsätzlich also die Java Anwendung mit JPA beziehungsweise mit dem JPA Standard Hibernate als Framework und ich kann alle relationalen Datenbanken verwenden, die Hibernate unterstützt und das sind fast alle, die auf dem Markt sind. Da aber die Hibernate Entwicklung nicht besonders, ich sag mal, es kann, es ist sehr ineffizient, das objekt relationale Mapping, weil da im Hintergrund eine Datenkonvertierung im Grunde passiert. Abfragen sind da oftmals nicht so super dynamisch schnell. Und das ist natürlich ein Problem und deswegen verwenden wir dann nochmal einen Layer dazwischen. Also Hibernate ist ja schon ein Layer zwischen, eine Schicht zwischen meiner Anwendung und der Datenbank. Jetzt kommt noch eine Schicht dazu, nämlich ein Cache. Wenn es zu langsam wird, dann kann man eben einen Second, sogenannten Second Level Cache verwenden für Hibernate. Da muss man ein Caching Framework installieren. Das ist wieder mit Aufwand verbunden. Dann muss man den Cache konfigurieren. Okay, wer das noch nicht gemacht hat, wenn man irgendwas verkehrt macht an der ganzen Sache, ist es halt schwierig, dann wird irgendwas nicht mehr funktionieren, es wird total langsam oder irgendwas anderes passieren. Deshalb EH-Cache vorinstalliert und vorkonfiguriert, damit kriegt man den vollen Stack eigentlich schon mit Rapidclips geliefert und alles ist integriert und abgestimmt. Perfekt. Man kann da überall übrigens eingreifen. Also nicht denken, so muss man es jetzt verwenden. Wenn ihr den EH-Cache nicht haben wollt, passt jetzt wieder gut dazu, dann tauscht das auch. MicroStream kommt jetzt auch da als Alternative ins Spiel, weil MicroStream ist performanter als EH-Cache. Also ihr könnt auch MicroStream als EH-Cache Ersatz verwenden, weil nämlich MicroStream auch die J-Cache implementiert und damit J-Cache Provider ist und damit kriegt ihr euren Second-Level-Cache sogar noch performanter. Ja und übrigens MicroStream ist ja auch lizenzkostenfrei verfügbar. Hier nochmal so ein Blick auf diesen Hybrid-Entity-Editor, mit dem ihr dann eure Entities anlegen könnt. Erfahrene Hybrid-Entwickler sagen doch nicht, so ein Spielzeug, das schreibe ich alles mit der Hand. Klar, kann man machen, müsst ihr aber nicht. Wer das Tool verwenden will, cool, der verwendet, wer nicht, der lässt einfach weg. Ähnlich ist es auch mit JPA SQL. Es gibt hier ein Tooling, wo ihr eure Abfragen in SQL-Syntax schreiben könnt und es werden daraus, dann wird dann die Abfrage in Java-Syntax generiert. Das klingt ein bisschen echt komisch, ja. Es kommt dann praktisch Java-Code raus und auf Basis von JPA Criteria API, der dann zur Laufzeit wieder SQL erzeugt. Das ist ein bisschen crazy, was da passiert. Muss man ein bisschen drüber nachdenken und den Sinn zu verstehen, weil wir doch Datenbank unabhängig entwickeln wollen, müssen wir Hibernate verwenden. Wir wollen dann ja eigentlich SQLs absetzen, aber das ist nicht so toll, weil das ist nicht typsicher und so weiter. Also besser ist es dann, das mit die Abfragen in Java zu schreiben, das wiederum können nicht alle auf Anhieb, das ist wieder eine Einstiegshürde und deswegen jpsql, ich kann es in SQL-Syntax schreiben, es wird der Java-Code erzeugt, der wiederum zur Laufzeit den eigentlichen SQL dann an die Datenbank absetzt. Wen das alles zu langsam ist immer noch, der da Performance-Probleme hat oder dem die Entwicklung zu kompliziert ist, diese verschiedenen Layer, wenn man dann doch irgendwann mal eingreifen möchte und dann merkt, oh, da steht eine riesen Maschine, die hat auch viele Tasten, aber ich weiß leider nicht, was passiert, wenn ich da auf den Knopf drücke. Probieren wir einfach mal aus, die Kinder machen das immer ziemlich cool, die klicken nicht mehr drauf und dann irgendwas passiert schon, auch wenn das der Destroy-Button ist, der sieht dann auch schon aus so und dann, man kann eigentlich nicht anders, als da mal drauf zu klicken, am besten an einer Produktiv-Anwendung mal ausprobieren. Also wer aber das Ganze einfacher Microstream dazu anschauen, ganz kurz noch, weil wir sind ja schon fast am Ende jetzt mit dem Talk, hier sehen wir nochmal ins Schaubild, wie das aussieht mit JP und Hibernate, dieser orange Würfel hier ist das objektrelationale Mapping-Framework, zum Beispiel Hibernate, was dann praktisch die Umwandlung macht zwischen der Anwendung, zwischen unseren Objekten und der Datenbank-Datenstruktur, der relationalen Datenbank und was ich auch noch brauche, dann auf den Cache zuzugreifen. So, das ist so die Standard-Architektur und auch wenn ich NoSQL-Datenbank verwende, brauche ich ein Mapping immer dazwischen und wenn ich das nicht möchte, weil mir die Architektur zu komplex wird mit Microstream, geht es einfacher, ihr braucht dann kein Entity-Modell mehr so bauen, wie das jetzt ist, angepasst an die relationale Datenbank eingeschränkt zu sein und so, das fällt alles weg, ihr baut nur noch eure Entity-Klassen in Java, das war es völlig plain Java Pojos, keine Abhängigkeiten zu irgendwas, keine Annotation-Suppe, wie man oft so hört, mit 100.000 Annotations oder von irgendeiner Superklasse ableiten oder wie das früher bei objektorientierten Datenbanken auch war, wo man viele Interfaces implementieren muss, nein, also wirklich reine Java-Klassen, da könnt ihr auch eure JPA-Klassen weiterverwenden, also wenn da schon Annotations dabei stehen, das ist egal, könnt ihr weiterverwenden. So, und dann einfach mit Microstream die Objekte storen, da ist es alles sehr, sehr ähnlich wie mit Hibernate, weil man das Lazy-Loading auch genauso ähnlich hat wie bei Hibernate, kann man dann Lazy-Referenzen nachladen und so, aber man braucht dieses Mapping nicht mehr, deshalb ist es sehr, sehr viel effizienter und die Abfragen werden dann auf den Objekt-Graphen in Memory durchgeführt und das ist super schnell, das passiert nämlich in Mikrosekunden und jetzt ist es wieder so, jetzt will ich zum zweiten Mal eigentlich in der Präsentation das Demo starten und jetzt muss ich mal sagen, bindet am besten keine Webseiten in den PowerPoint ein. Ich muss sagen, achtmal funktioniert das von zehn, zweimal nicht und das ist immer bei meinen Live-Demos. Deswegen, die Bookstore-Demo könnt ihr aufrufen, wir werden den Link dann nochmal in den Chat reinsetzen und dann könnt ihr euch die Performance nochmal angucken und ja, hier nochmal ganz kurz das Rapid Clips Framework, das noch mit dabei ist. Zwischen den Steinen gehört sich ein Mörtel, außer ganz früher, vor 5000 Jahren hat man das ohnehin bekommen und es steht auch heute noch das Zeug, aber heute baut man ja mit Mörtel. Also auch da gehört auch zwischen den Tools dann immer so ein Framework dazu und das ist das Rapid Clips Framework und das wurde entwickelt, wo es auch diese Microservices Frameworks noch nicht gab, wo das mit Java Enterprise und Spring alles schon noch ein bisschen schwieriger war. Deswegen Rapid Clips ist ein leichtgewichtiges Framework, wo sehr viel schon mitliefert, wie das ganze Hibernate, Transaktionsmanagement, Second Level Cache-Integration, Connection Pooling, Internationalisierung, Authentifizierung, Autorisierung, UI Persistence, Filter API und, 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 alles schon mit drin. Okay, im Prinzip sind wir hier am Ende. Hier sieht es so, sieht dann, kann so eine Rapid Clips Architektur aussehen, wo man dann hier den Anwendungs-Server hat mit Rapid Clips Framework, das sehr viel bietet. Ich kann dann daneben noch Microstream einsetzen als Persistence und das geht übrigens auch beides. Ihr könnt in einer Anwendung sicherlich mit beiden Lösungen arbeiten. Also das ist, das ist möglich und ihr könnt auch alles miteinander kombinieren. Ja, also wenn ihr schon eine Anwendung habt, die auf JPA basiert und wollt irgendwie Module entwickeln, wo ihr vielleicht doch schneller und effizienter sein wollt, dann macht ihr das mit Microstream. Das ist kein Problem. Das lässt sich kombinieren. Und dann wird das Ganze einfach deployed auf, das ist eine weitere Geschichte, wie wird es deployed? Normalerweise Application Server, aber wir sind ja, und ihr könnt das immer noch tun, monolithische Entwicklung ist immer noch sehr, sehr populär und gestern superinteressanter Talk mit den Architekten von den Microservices Frameworks, die auch sagen, es ist absolut legitim, monolith noch zu verwenden. Wir müssen wissen, was ihr tut, in welcher Größenordnung Microservices dann Sinn machen und ist es effizient, beherrscht man das Ganze dann noch. Das muss man abwägen. Grundsätzlich mit RapidClips entwickelt hier noch monolithische Anwendungen und die dann entsprechend auch so deployed werden. In Zukunft geht der Gedanke schon dahin Richtung Microservices auf alle Fälle, das auch zu machen und anzubieten. Das hat aber Christian in einem Talk schon erklärt. Okay, hier käme dann bloß noch die Roadmap. Das ist der Zyklus von Java. Jedes halb Jahr ein neues Release. Das war aber schon Bestandteil anderer Sessions. Wer da noch Fragen hat zur Lizenzierung von Java SE, kann sich jederzeit auch an uns wenden oder an den Implementierungspartner für RapidClips an XDEF. Hier der Eclipse Release Zyklus, der dreimonatig jetzt ist, der war ein Zyklus, der sich dem ganzen ja, sagen wir mal, jetzt auch den Java Release Zyklus angepasst hat. Auch hier gibt es kürzere Releases, auch hier gibt es Long Terms Releases und dass man da noch alle Plugins entsprechend miteinander so kombinieren kann, dass die funktionieren, braucht ihr euch keine Gedanken machen, weil mit RapidClips kommt immer nur Done Release, wenn es wirklich notwendig ist und dann werden da auch die ganzen Plugins schon aufeinander abgestimmt. Deswegen gibt es da nicht alle drei Monate oder alle sechs Monate ein regelmäßiges Release, sondern immer nur Done, wenn es notwendig ist und dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Plugins alle miteinander funktionieren. Also eine Standard Distribution out of the box. Ja, und dann noch viel Spaß bei den letzten J-Con Sessions jetzt. Dankeschön, bis später. Tschüss.